Ey Bruder, ich hab was krasses herausgefunden, du willst mir niemals glauben was Ja Junge, ich hab schon wieder einen krassen Glitch Ja Bruder, du kannst damit easy die Runde gewinnen, auch wenn du zum Beispiel jetzt anhült bist oder so Aber Ja, musst du auf ihn nix machen, ne Nein, ey, ich glaub dir nicht Kennst du diese neuen Flügel, das brauchen wir ja erstmal Ah, perfekt, oh mein Gott, direkt gefunden Okay Bruder, und jetzt? Okay Bruder, jetzt brauchen wir eine Mülltonne Du bist doch die Mülltonne Junge, sei mal ruhig Alter, wenn man dich anschaut, man denkt direkt an Spongebob oder so Digga Ey, was labert, ey Bro, will lustig sein, Digga, GG Ey Bruder, wer soll dir das eigentlich glauben, Digga, dass du mit einem Glitch, äh, Runde gewinnen kannst Dann guck einfach Haha, okay, okay Das ist die eine Mülltonne, such mal, ja, ne Ja Bruder, hier bist du doch, hier, verstehst du Junge, sei mal leise, Digga Nein, nein, sag das noch einmal und ich mach das dann nicht mehr Ich muss mir erstmal kaputt machen, Bruder, damit wir mehr Platz haben, warte Okay, so So, ist perfekt Ich bau noch hoch, einen Klipp besucht Okay, bist du bereit? Ja, mach das Wooo 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 full programmes journeys expliciste Bis zum nächsten Mal.